hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute habe ich euch die wunderschönes chaos box von banjo alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung wunderschönes chaos von banjo das ganze am 30 november 2018 erschienen so sieht das ganze aus wir werden mal die folie abmachen und dann im detail ansehen wir haben hier eine reguläre box vor uns und info am rande es ist das debüt release von banjo es gab bereits 2015 ein release und zwar war das eine ep die unterwegs ip deswegen ja die release aber ist auf jeden fall das debüt album wir haben hier einen fsk 6 sticker auf der folie gehabt dieser gibt uns einen hinweis darauf dass wir auch noch viel material vorfinden werden in form einer dvd wir schauen uns mal das ganze im detail an und zwar haben wir hier oben einmal banjo wunderschönes chaos stehen in seinem pfirsich in einem zarten orange dann haben wir hier den guten mann abgebildet den interpreten dürfte hier wohl an einem von dem häuser dach stehen man sieht hier in der ferne diverse lichter und straßen und er hat hier an seine mehr oder weniger rosane jeans jacke ok hier gibt es weitere verschwommen lichter auf der rechten seite zieht sich die szenerie fort oben himmel und auf der rückseite haben wir dann wunderschönes chaos und hier dann eine rose eine blume die hier kopfüber hängt ansonsten hier nur noch credits und barcode mit dabei gut nachdem das eine klackbox ist geht das ganze hier auf der seite auf kurzes detail hier zieht sich das designer noch ihnen weiter und da kommen wir schon zum inhalt wir haben hier einmal einen quadratischen sticker dann haben wir hier ein dickes die gepäck ein shirt und ein poster von ihnen die box glatt weiß dann machen wir die box mal zur seite und nachdem hier das shirt und das album noch in folie sind werden wir das mal herausholen so dass einmal das shirt und dann das album hier auch wieder fsk 6 hinweis was mich allerdings freut ist dass das hier mit einem sticker auf der folie gelöst wurde und man das ganze nicht aufgedruckt hat gab es ja auch schon diverse male davon bin ich kein fan aber den sticker kann man natürlich dann ab machen jawohl und so ist das cover und die optik nicht davon beeinträchtigt gut das album cover sieht aus wie auch schon das was wir von der box kennen wir haben hier dann auch noch mal stehen banjo wunderschönes chaos und auf der rückseite haben wir dann die tracklist wir haben insgesamt zwölf tracks an der zahl und wir haben ein zwei features wenn ich es richtig sehe und zwar haben wir hier ein feature von lina mali und meines wissens gibt es ein zweites feature auf dem album auch wenn man das jetzt hier nicht sieht also ich bilde mir ein es gab da noch ein feature von toxi wenn ich mich täusche allerdings eventuell dazu im booklet mehr gut was lesen wir weiter inklusive akustik ep und album porträt und akustik session dvd auch hier die credits und die labels über das das ganze erschienen ist dann haben wir hier zuerst einmal das booklet das ist relativ dick ich hoffe mal ich gehe mal davon aus ihr wohl erwartungen erfüllt wir haben hier die songtexte mit dabei sehr schön also ich bin großer fan davon wenn man die songtexte in die booklets reinpackt gefällt mir schon mal richtig gut dann haben wir hier einmal den interpreten in schwarzer lederjacke abgebildet so kennt man ihn dann haben wir noch die info wer das ganze produziert hat bzw wer die lyrics geschrieben hat weitere texte weitere aufnahmen weitere texte und das dürfte sich jetzt so durchziehen also wir haben hier echt jeder jede menge text jeder track wort für wort abgedruckt sehr schön und alle aufnahmen scheinen ihm so bei nacht aufgenommen worden oder ja zumindest sehr dunkel das ganze genau das meine ich also die meisten fotos dann doch sehr schatten lastig und sehr ja nicht unbedingt düster aber doch sehr sehr dunkel und sehr schwarz das ganze hier dann bin schon am klavier weitere texte also das ist für mich ein gelungenes booklet jede menge fotos und vor allem auch die texte sehr schön dann haben wir hier zum abschluss noch die credits zum album wer war daran beteiligt wer hat damit gewirkt und dann haben wir noch eine kurze dankssagung was lesen wir hier danke an dich danke ans gesamte team und die familie ihr wisst wer ihr seid für mich ok und hier dürfte er gerade am produzieren sein ok was haben wir oben noch ok also hier ein gekürzter link von bit.ly muss ich mal drauf schauen was lesen wir ja alles ist von natur aus chaotisch zu gleichen teilen positiv wie negativ deshalb kann aus allem und jedem auch alles werden immer wieder zu jeder zeit je nachdem für was wir uns entscheiden ja schöner spruch gefällt mir gut hinter dem booklet kommt ihr dann auch noch mal das logo von wunderschönes chaos wenn man es wieder rein bekommt so aber jetzt dann haben wir hier nummer eins einmal das album an sich sieht so aus wunderschönes chaos von der farbe her so jeder horizont der himmel der cover also wenn ich jetzt der cover gesagt habe der cover der box und der td cover dann haben wir hier banjo in rücken ansicht auch wenn ich jetzt gerade nicht raus gehen möchte geschafft dann haben wir hier die akustik ep bedeutet wir haben hier sechs tricks mit drauf in der akustik version dazu gleich noch mehr hier im hintergrund dann wieder die aussicht des daches und dann haben wir die dvd der wir auch den fsk 6 hinweis zu verdanken haben und zwar haben wir ein album porträt also mehr oder weniger eine dvd ein making of ein ja eine doku des albums sagen wir mal so und akustik session dvd bedeutet die sechs tracks die hier in akustik version aufgezeichnet wurden die dürfte man hier auch noch auf der dvd dann bildlich verarbeitet haben und dann entsprechend sich dann anschauen können wie das ganze entstanden ist gut was mir gut gefällt man hat hier wirklich alle drei cds beziehungsweise zwei cds und dvd hier in dieses digipack reingepackt das entsprechend dann dick gestaltet nicht irgendwie mit pappeln und dieses lief gearbeitet so muss es sein dann haben wir einen sticker quadratisch hier auch wieder mit dieser umgedrehten rose banjo wunderschönes chaos also ein sticker so hochglanz optik quadratisch dann haben wir mit dabei ein poster das relativ groß sein dürfte ja wohl und hier haben wir dann das bild was wir ja als allererstes schon im booklet hatten und zwar hier banjo mit lederjacke und oben links lese dann auch noch mal banjo wunderschönes chaos ansonsten hier nichts weiter aufgedruckt das ganze ist einseitig bedruckt rückseite blank weiß dann falten wir das mal wieder zusammen und als letzten boxen halt wie so oft haben wir ein shirt mit dabei dieses aber in einer sehr ungewöhnlichen farbe und zwar in dunkelblau also die meisten boxen ja dann mit shirts in schwarz oder weiß hier haben wir zur abwechslung mal ein dunkelblaues shirt auf der linken brust lesen wir hier in diesem hellen 40 ton hier banjo an uns hier nichts weiter auf der vorderseite zu sehen und auf der rückseite haben wir dann abermals das logo wunderschönes chaos hier mit dieser umgedrehten rose die hier von oben herunter hängt ansonsten glatt dunkelblau das shirt ist wie man es so oft hier hat größe l ok us m das ist natürlich spannend ja liegt wahrscheinlich daran dass in den usa die menschen generell etwas beleibter sind als bei uns bedeutet ein l shirt gilt dort als m shirt interessant und jetzt würde mich noch interessieren ob wir hier noch irgendwie einen hinweis finden über material oder herstellung jawohl alles da was lesen wir hier 100 prozent organische bauwolle stanley stella fairware das gefällt mir richtig gut hat man echt selten bei solchen box shirts aber man hat hier dieses fairware logo mit drauf also nicht sein 0815 fruit of the loom oder gilden shirt und dann lesen wir hier dann auch 100 prozent baumwolle ihr wollt wissen wir schon waschenweise und hier proudly made in bangladesh grüße gehen raus wir schauen uns das ganze noch einmal kurz im detail an und so sieht das ganze dann getragen aus also haben das dunkelblaue shirt hier mit dem banjo schriftzug auf der linken brust ansonsten hier alles glatt dunkelblau dafür gibt es den vorhin gezeigten backprint der ist etwas abwechslungsreicher allerdings muss ich sagen auch wenn die vorderseite recht schlicht gestaltet ist gefällt mir schwert ganz gut alleine schon wegen der farbe dunkelblau die es in diesen boxen ja meiner meinung nach viel zu selten gibt und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte shirt in der größe l dann das poster einseitig bedruckt im hochformat der sticker quadratisch und natürlich das album inklusive der akustik ep und der bonus dvd das alles in dieser wunderbaren box wunderschönes chaos von banjo mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr banjo unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf